So, dann schnappen wir uns noch ein paar solcher Schmetterlinge. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Auf jeden Fall möchte ich eine Trophäe haben und ich hoffe, dass ich sie dermal nicht einfach lösche. So, Pumper, okay. So. 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 ich weiß jetzt nicht okay warte wir gehen wieder raus und laden das ganze wieder neu der hoffnung dass hier dann wieder neue da sind schon hier ist wieder einer den holen wir uns sagt und dann geht es wieder runter so wo sind denn die schmetterlinge da ist der nächste du bist auch nicht der richtige so hier haben wir noch einen sehr schön bis 20 uhr geht das hat schon noch lange hin du bist nicht wenn man brauchen dahinten ist der nächste bekomme ich den hier ist wieder das der falsche gut ich lage den nicht hinterher jetzt guckst du vor den füßen einmal raus und wieder rein schauen wir gleich wieder hier hier ist keiner sehr gut jetzt einmal ziemlich oft den ladebildschirm da aber ich habe irgendwie so das gefühl wie wenn das helfen würde und so dann immer wieder die 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 schmetterlinge kommt runter ein stück was ist denn jetzt nehmen wir auch mit dass die insekten also die schmetterlinge dann wieder da sind schau da ist der nächste ich glaube das hilft auf jeden fall ohne ja jetzt werden halt die ruckler sind halt leider da dass der nächste immer beim beim nachladen also wenn er wenn neue insekten responen dann haben wir halt die ruckler drinnen aber was soll es hauptsache es sind ja komm schon hauptsache es sind die da die man brauchen alles andere ist egal solange sich das spiel nicht aufhängt hier ist der nächste da kommen kann 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 man hier noch einen hallo jetzt gut hier läuft ja wie am schnürchen und genug insekten beziehungsweise schmetterlinge haben wir dann auch zu verkaufen ja wenn es so schaust davon 36 16 24 51 20 was wir daran geld machen und was ich auch noch interessant finden würde es gibt ja hier die kategorie angelturnier teilgenommen käfer gefangen also käfer den gibt es nicht okay und es wird auch nicht bei den turnieren mit angerechnet schade eigentlich welt 20 ich sehe nichts 20 angelturniere ist halt schon starkes stück also gerade hier hinten ist noch einer kommst du noch fahren nicht da zurück sehr gut jetzt kommen prinzipiell beim nachladen welche nach das heißt wir brauchen gar nicht groß raus aus der region sondern können gleich bleiben was ist ja mal schön okay hier ist wieder gar keiner ab doch hier ja so hinten ist irgendeiner ist nicht der man brauchen aber egal nehmen wir natürlich mit dann bekomme ich wieder nicht jetzt manchmal wenn ich das noch bild schwierig obwohl ich schon so lange spiel neuer nacht frauen auge service bist du ein segelfalter aha jetzt kommen dann am abend neue insekten oder wie so war die jahre haben auch noch einen sehr hübsch siegelfalter ok schauen wir mal hier sind noch welche so du kannst du kommst mit mir mit du kommst auch in mein netz haben wir hier hinten haben wir keinen ok ruckel ruckel so ah hier guckst du sind gleich zwei stück jawohl ich habe ihn sogar erwischt so warte warte ah der ist weg warte wo ist er denn hier sehr schön so wir könnten noch mal runter schauen na komm schon oder ziehen wir es durch bis 20 uhr wir tun noch ein bisschen und dann schauen wir aber grundsätzlich glaube ich nicht dass irgendjemand mit uns mithalten konnte also ich hoffe es halt ich möchte unbedingt nicht so viel sehr gut hier ok da ist noch einer da kommst du ok nachtfahrenauge wieso geht das wie der bauer jetzt ok hier ist dann der nächste aha der fliegt durch uns durch so dann haben sie nämlich mit uns mit sie gehen lassen wir uns nicht so was ist mit dir kommst du jetzt hoch im ah perfekt dann da haben wir noch einen so was ist er dreht einfach wieder um jetzt habe ich dich so da hinten fliegen zwei und ich erwische keinen von beiden frech die sind so frech so da haben wir jetzt noch einen so 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 zack sehr schön wir haben 1830 weißt du was wir schauen runter wir schauen einfach runter hier ist noch einer zack das nehmen wir natürlich noch mit du kommst auch noch mit am besten wenn du dich fangen lässt jetzt so 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 das dauert jetzt wieder ein bisschen ja ja ich finde schade dass musik dahinter gelegt ist so kann ich es nicht mal raus rausschneiden weil es ist halt dann wirklich schon oft extrem lang was man warten muss so wie geht's voran wie geht's voran was da schärf ist hinten dran mit 42 aha gut dann keine Zeit schinden ab nach oben und es geht schon weiter was ist da los wir haben jetzt ja noch richtig gas gegeben was sind die frech wir lassen den neuen kömmlichen noch nicht mal gewinnen okay grundsätzlich ist es mir eigentlich egal ob am ersten platz sind am zweiten platz oder am dritten platz ich würde einfach nur gerne eine trophäe haben und wenn man auch keine trophäe gegen es kommen neue oder beziehungsweise andere ähm turniere wieder so also lasse ich mich jetzt von dem nicht groß jetzt beeinflussen es wäre halt schön weil beim angeln habe ich ja die wunderschöne trophäe mit dem brief weggeschmissen was mir leider nicht zum ersten mal passiert dass ich irgendwas im brief einfach wegschmeiße ja gut wir sagen es aber bitte keinen ja kann passieren passiert mir häufiger ich bin einfach manchmal ein bisschen verplant und rückt dann und macht dann und das war der falsche knopf so warte mal hier ist auch einer so dann haben wir hier hinten wieder so ein brummbär nee du sollst nichts herstellen oh mein gott jetzt hat es wieder gefangen warte die maus wieso ist jetzt die maus wieder da warte einmal ins inventar so so 19.20 haben wir ja schon okay die 40 minuten ziehen wir noch schnell durch hier ist dann der nächste dann hoffe ich dass man die schmetterlinge gefangen haben die unten ein bewohner haben möchte ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wer das war ich habe es jetzt wieder geladen sehr schön nein so nein was machst du denn so segelfalter trauermantel 19.30 19.40 ist hier oben einer da haben wir jetzt wieder zwei warte 19.40 sehr schön da ist noch einer so 50 10 minuten haben wir noch so das ist ein trauermantel kommst du da unten ist noch einer schaffe ich den noch schaffe ich den noch schaffe ich den noch bämm zack und 50 haben wir es noch aber jetzt ist glaube ich keiner mehr da da also es ist schon 20 Uhr es ist 20 Uhr ok so dann haben wir einiges zusammengesammelt hier war dann der nächste noch wir brauchen keine mehr so perfekt schauen wir mal so schauen wir mal die ist alleine mit dem tschirm mach ihn weg so wo ist sie denn so wo ist sie denn hä so ein neuer ein neuer isabella spinner cool cool hier ist sie der will nicht mit wer will nicht mit jetzt das heißt das heißt die eine region müsste ich ja dann abgeschlossen haben ähm blödsinn hier und hier bei den insekten strand ja die wiese haben wir fertig im wald fehlt auch noch mal einer in der stadt auch noch mal einer ok ah nee ich wollte ja zu ihr nein jetzt ladet das wieder so lange wir schauen schnell was sie sagt so wo ist sie denn wo ist sie denn hier ist sie so jahre ich habe meinen verstorbenen ehegatten wieder getroffen an einem nachmittag im sommer ich konnte seine seele in den sanften bewegungen eines wunderschönen himmelblauen bläuling spüren der mitten des hohen grases ein herflog ich konnte an seiner bewegung ablesen dass er glücklich war von diesem tag an war mein herz leichter ok sie sagt gar nichts mehr so gut dann gehen wir die mal verkaufen die wir haben kriege ich hier eventuell nee da ist kein neuer ok jemma insekten verkaufen so aha 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 uh also die geben gut sehr schön 5.000 haben wir eine zitronentapete haben wir zwei vielleicht bekommt die irgendwer so gut wenn das aber jetzt so ist was haltet ihr davon wenn wir noch ein bisschen auf die insel rüber schauen weil herbst und so neue insekten vielleicht ja vielleicht bekommen wir mal am strand auch noch welche aber das mache ich später weil wir brauchen ja den inventarplatz für die artefakte wieder so ja ja wissen wir los geht's ähm so aha hier hat schon mal aufgeleuchtet und zack graben ist der eine hier neu war gerade ein pinker ein adlers spinner den glaube ich hammer den hammer das ist auch so einer er ok so jetzt machen wir zuerst mal hier fertig ich laufe hier nochmal so verdammt wenn es hängt ist das halt nicht gerade optimal da ist der nächste so 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 sehr schön strand strand ist nix hier haben wir wieder eines so grab aus hier ok die haben auf jeden fall schon warte mal jetzt schaue ich noch nach oben so so jetzt was 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 die nie nee 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 whoa Крас die sagt sagt okay so okay das wird ein bisschen einfacher ne gewohle okay hier ist nix da haben wir wieder eins grab um den leben griechische schild das hammer zudem komme ich nicht ran so wie sieht es hier aus haben wir hier hinten noch irgendetwas werden dürfte mal alles haben dass wir das in atlas spüren ja okay pass auf griechischer kelchkrater teil 4 wie sieht das aus okay das also doppelt haben wir es noch nicht inka flasche hammer tonkrog hammer sowieso auch das teil hammer auch die amphora die schild können wir verkaufen warte mal das tue ich jetzt einfach so rein sonst habe ich nix die kelch auf jeden fall okay wir probieren das eine dann können wir hier noch ein bisschen insekten farmen so spende und zwar das hier ja haben wir schon okay können wir raus geben können wir in die truhe geben haben wir schon okay wo ist der hier so dann können wir hier ja noch ein bisschen insekten farmen vielleicht bekommen wir noch neun ist ein atlas spinner okay da oben also auch wieder ein atlas spinner was der wohl bringt 0 0 0 warum 0 hä wieso 0 das muss mir jetzt aber einer erklären wieso bekommt man für ein atlas spinner nicht ok gut dann nehme ich jetzt noch die bäume mit Der ist ja riesig, der Adlersspinner, aber warum null? Also, das verstehe ich jetzt nicht! Das verstehe ich jetzt nicht! Wie spät haben wir es? Okay, ich lasse das jetzt! Ich muss nach Hause! Entschuldigung, weil wir haben heute noch gar nicht die ganzen Samen gegossen und das muss ich noch machen, sonst wären sie mir gar schlecht. So, da werde ich aber einen Cut machen, weil da nehme ich euch nicht mit, das dauert viel zu lange. Ja. So. Zack. Verkaufen brauche ich eh nicht mehr gehen. So. Passt. Hier haben wir heute eh schon reingeguckt. Ja, passt. So, dann gehe ich das machen. Ähm, ich sag schon mal vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ähm, ja. Ja. Ich gehe Gießen, sobald ich fertig bin mit den Gießen, sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Haha. Dann, vielen Dank, euch einen schönen Tag, gute Nacht, wie auch immer, schönen Wochenstart, wann ihr das Video auch guckt und bis dahin macht's gut. Ich habe ihn вариerde, wenn ich ziniereen was, einfach gern Both undальный Tag gepackt. 強ere 3מcolo beiitos mein Job ein parteif Q Than Kri 24. Verkauf 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 Untertitelung des ZDF, 2020